Guten Morgen, liebe Leute. Heute fängt der neunte Tag an. Hier habe ich geschlafen und der Carlos ist einfach ein toller Typ. Besser als Unboxing hat er mir ein Care-Paket zusammengeschnürt mit Süßigkeiten, Kaffee und Äpfel, Mineralwasser, Romenudeln und Onkel Bens Reis. Und jetzt gehe ich runter. Da unten ist noch eine legale Feuerstelle und da werde ich mir jetzt den Kaffee genießen. Kochen muss der Kaffee. Carlos, vielen Dank. Der geht auf dich. Wie sagst du immer so schön? Herrlich. Und tschüss. Ja, die Navi hat mich jetzt geführt hier durch Bratislava, wirklich minimal nur über öffentliche Straßen, so ganz große Brücken und so weiter. Und ich bin froh, dass ich jetzt am Südende hier durchkomme und jetzt geht es gleich in der Donau weiter. Wenn man so lange in der Natur unterwegs ist, dann ist das schon ein bisschen Stress dadurch. Aber es waren jetzt 5, 6 Kilometer, die habe ich jetzt auch noch überstanden. Also, ich halte einfach nur wieder so bruchstückhaft meine Eindrücke fest. Mann, bin ich froh, Bratislava hinter mir zu haben. Ich war total verdattert, eben gerade. Das bin ich gar nicht mehr gewohnt gewesen, so ein Straßenverkehr. Ja gut, jetzt aber habe ich wieder Ruhe, höre nur die Wellen platschen und muss sagen, die Donau ist hier noch einmal doppelt so breit wie vorher. Schaut euch das an. So, nachdem ich es jetzt fast 40 Kilometer mit Rückenwind schön hatte, mit Asphalt, beginnt jetzt die Kieswüste. 34 Kilometer vor mir mit Kies. Augen zu und durch. Nein, einfach nur kleinen Gang und immer schön ruhig voran. Der Schatten wird länger. Da muss ich mal schauen, wo ich mein Shelter aufbaue. Weil da sind Hunde. Da werde ich wahrscheinlich nicht hingehen. Das reicht schon mal. Jetzt gibt es Porridge, heißen Porridge mit Apfel und Bananen dazu geschnitten.